Guten Morgen. Ihr habt präzise 18.105 Sekunden geschlafen. Heute ist euer 150. Geburtstag und euer Vermögen beträgt 68 Trilliarden. Du weißt wohl alles. Nur eines verstehe ich nicht. Wie konntet ihr euch trotz der vielen Krisen das alles hier aufbauen? Tja, ich hatte immer nur Gold im Kopf. Genauso wie du. Auch wenn wir nicht genau wissen, wie die Zukunft aussieht, eines ist sicher. Die Zukunft ist Gold. Viel Euro. Viel Gold, viel Zukunft. tout so weit.